So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Python und Aufnahme, Audioaufnahme. Das heißt, ja, dieses Video ist Teil der Signalverarbeitungsserie. Was ihr für diesen Teil hier, also für den Python Teil allerdings braucht, sind natürlich Python-Kenntnisse. Das heißt, ich bitte euch, guckt meine Python-Reihe vorher und nicht erst hinterher, weil ansonsten kann ich euch, ich kann hier nicht die Grundlagen von Python erklären. Das würde ich hier absolut keinen Sinn ergeben. Das heißt, wenn ihr jetzt hier gerade nicht weiterkommt, dann könnt ihr natürlich zuerst die Python-Reihe gucken und dann wieder hier reinschalten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal hier zugucken und mal schauen, ob ihr es versteht, falls ihr vielleicht von einer anderen Sprache kommt. Ja, wir werden mit WAV-Dateien arbeiten, also .wav-Dateien und die werden wir speichern und so weiter und so fort. Und wir werden eine Library benutzen, die nennt sich SoundDevice. SoundDevice ist sehr, sehr angenehm und ja, relativ unkompliziert. Das heißt, wir werden hier jetzt tatsächlich SoundDevice verwenden. Das müssen wir zuerst installieren. Das heißt, wir machen hier einen PIP, Install SoundDevice und können loslegen. Jetzt, wenn ihr PIP nicht installiert habt oder wenn es bei euch irgendeinen Fehler gibt, dann schaut bitte meine Python-Reihe an. Da erkläre ich alles. Hier nicht unbedingt, weil das nicht Teil dieser Reihe ist. PIP könnt ihr installieren, sowohl auf Mac, Windows und Linux, völlig egal. Und Python ebenso. Das heißt, das Ganze ist absolut Cross-Plattform. Das ist richtig geil und ja, sollte euch eigentlich auch keine Probleme machen. So, unter Linux selbstverständlich mit Sudo vorne dran, falls ihr irgendwas über PIP installieren wollt. Und ja, selbstverständlich ist das bei mir schon installiert. Python-Version 3 selbstverständlich. 2 ist nicht mehr unterstützt. Version 3 ist absolut aktuell und ja, mein Kurs gilt da auch übrigens immer noch dazu, weil da immer mal wieder Fragen kommen, ob der noch aktuell ist. Okay, und jetzt erstellen wir hier mal ein neues Skript. Die IDE, also diese Umgebung hier, die wir benutzen, die nennt sich PyCharm. PyCharm ist eine wundervolle IDE zum Python-Programmieren, kann ich jedem empfehlen. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ist kostenlos übrigens, gibt es aber auch eine kostenpflichtige Version. Falls ihr Schüler seid, kriegt ihr die kostenpflichtige Version gratis. Ansonsten auch gerne in meiner Python-Reihe nachgucken. Sorry, wenn ich hier gerade dafür so viel Werbung mache, aber das ist leider jetzt Voraussetzung hier. Okay, gut. Als allererstes importieren wir selbstverständlich Sound-Device. Ups, Sound-Device. So, und was wir auch noch brauchen ist Sci-Py. Also wissenschaftliches Python sozusagen. Das heißt, wir wollen aber nicht alles von Sci-Py haben, sondern from Sci-Py.io. Also, from Sci-Py.io, also Input-Output.Wave-File importieren wir eigentlich nur Write erstmal, weil wir hier wirklich nur aufnehmen wollen. Wir wollen danach eine Datei übrig haben, die wirklich eine Wave-Datei ist und mit der wir gut arbeiten können. Und Wave ist ein standardisierter Codec, der funktioniert unter jedem System gleich. Deswegen machen wir das jetzt hier auch so, dass ihr möglichst wenig Probleme damit habt. Der Code an sich ist relativ einfach. Wir machen hier jetzt eine Sample Rate draus und die ist bei uns erstmal 44.100. Das ist so der Standard, wenn ihr nicht extreme Sachen unterstützen wollt. Also, es ist, wie gesagt, habt ihr mitgekriegt, es ist nicht unbedingt clever, zu viel zu unterstützen, weil es braucht viel Speicher. Und das muss man auch eigentlich gar nicht. So, und jetzt sagen wir hier noch eine Duration, die setzen wir auf 5 Sekunden und anschließend sagen wir, wir nehmen was auf. So, und das machen wir, indem wir das hier rein speichern. Sound Device Punkt. So, und jetzt können wir hier einfach sagen, wir wollen das Ganze aufnehmen. Und hier hinten dran sehen wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das heißt, Frames, Sample Rate, Channels und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir das hier tatsächlich mal, machen das einfach so auf und sagen hier, wie viele Frames wir aufnehmen. Das heißt, wie viele Dirac-Stöße haben wir am Ende eigentlich übrig. Und naja, wir haben logischerweise so viele Dirac-Stöße am Ende, wie wir hier Sample Rate, Sample Rate gibt an, wie viele Dirac-Stöße ihr pro Sekunde habt. Und wir haben gesagt, die Duration soll in Sekunden sein. Das heißt, wir haben hier quasi 5 Sekunden und jede Sekunde haben wir diese Anzahl an Dirac-Stößen. Also sagen wir selbstverständlich hier Duration mal Sample Rate. Das ist die Anzahl an unseren Dirac-Stößen, die wir hier verwenden wollen. Und ja, das packen wir jetzt hier noch ganz kurz rein. So, und das ist im Endeffekt unsere, ja, unsere Frames. So, die Sample Rate, die setzen wir auf Sample Rate logischerweise. Und die Channels setze ich jetzt hier mal auf einen. Das hat allerdings, wobei, nee, lasst uns das auf zwei setzen, dann haben wir kein Problem hiermit. Ja, lasst uns das auf zwei setzen, dann habt ihr ganz normales Stereo. Und so funktioniert das dann meistens auch ganz gut. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist logischerweise, die Aufnahme muss natürlich erstmal fertig laufen. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis diese Aufnahme fertig ist. Und das machen wir mit Wait, also SoundDevice.Wait. Und jetzt können wir das Ganze einfach schreiben. Das heißt, wir haben hier oben dieses Write importiert. Das können wir einfach verwenden hier. Das ist von SciPy.io.Wave-File. Und hier sagen wir auch direkt File Name, Rate und Data. So, und das heißt, wir wollen das natürlich in die Datei, ähm, wie nennen wir die? Recording.Wave, selbstverständlich. Das hier ist verpflichtend, dieses Punkt Wave. Den Namen vorn dran könnt ihr euch aussuchen, macht, was ihr wollt. Und das müssen wir mit Sample Rate machen. Also wir müssen angeben, was für ein Sample Rate da rein kommt in diese Wave-Datei, weil das da auch zusätzlich noch gespeichert wird. Und dann müssen wir natürlich angeben, welche Daten da eigentlich reingespeichert werden sollen. Und das ist natürlich unser Recording. Das heißt Record. So, und ja, das ist es eigentlich auch schon soweit. Ja, und das können wir jetzt einfach verwenden, indem wir hier rechts klicken und dann einfach Run Record schreiben oder nutzen. Und dann haben wir hier ein BlaBlaBlaTestTest zum Beispiel. So, wunderbar, es ist fertig. Recording.Wave ist auch da. Und ja, jetzt hören wir uns das Ganze mal an kurz. Ja, wenn ich das jetzt laufen lasse, dann ist das quasi ein BlaBlaBlaTestTest. Aber ihr könnt das gerade nicht hören, weil ich das natürlich nicht auf mein Mikro abspiele, sondern nur innerhalb meines Rechners abspiele. Aber gerne mal selber ausprobieren. Damit seid ihr in der Lage, in Python Dinge aufzunehmen. So, und jetzt habt ihr vielleicht... Ne, wobei, das könnt ihr gar nicht hören. Bei mir ist jetzt tatsächlich nur auf dem linken Ohr was, weil mein Mikrofon halt, naja, im Endeffekt nur links aufnimmt und rechts nimmt es halt nichts auf. Das liegt aber an meinem Mikro. Normale Mikros tun das nicht. Ich habe hier ein Aufnahme, Setup und so weiter. Das hört ihr ja alles. Okay, ähm, ja genau. Und das ist eigentlich soweit alles, was wir hier brauchen. Nächstes Mal verarbeiten wir das Ding dann. Aber jetzt haben wir erstmal diese Recording.Wav erstellt. Das ist schon mal wichtig, dass wir das haben. Ähm, und mit der arbeiten wir jetzt weiter. Ihr könnt natürlich jedes Mal so viel machen, wie ihr wollt, okay. Ihr könnt natürlich auch mal ganz gerne die Datei, die ihr aufgenommen habt, mit Audacity ausprobieren. Das, ähm, ja, das wäre tatsächlich was, was ihr definitiv mal tun könnt. Im Endeffekt ist das, wie wenn ihr über Audacity auch was aufnehmt. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und danke fürs Zugucken. Ciao.